Hallo und herzlich willkommen zurück zu Judgment hier auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge waren wir so weit gewesen, dass wir an den Drohnenrennen teilgenommen haben. Und ich sehe gerade, wir haben ganz schön auf die Fresse bekommen, weil wir haben irgendwie noch Verletzungen. Schon gar nicht mehr mitgekriegt oder gewusst, was er sagt. Wir haben eine Menge SP. Was haben wir denn? Was haben wir denn hier bedenkt nur das Bechern und könnte man machen, könnte man alles machen. Wollen wir mal hier, Stadero, mehr Gesundheit. Hier kommt die Fresse auch mal. So, Kampfsachen könnten wir auch gebrauchen. Karte wollte ich aber gucken. Gucken wir gerade ein. Genau, wir müssen nämlich... Ah, stimmt. Das war glaube ich eine der Nebenaufgaben, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ja, so ein Children Park könnten wir uns heilen. Könnten wir eigentlich mal gerne durchtesten. Und ansonsten schaue ich mal gerade den Nebenfall. Äh... Der Mann hat in letzter Zeit das noch... Ne, das hatten wir ja schon in dem Fall. Ja... Ja... Doch, das vermutet, dass der Mann stand geht, das hatten wir. Und die Taube hebt ab, das waren die Drohnen. Dann hatten wir jetzt auch schon... Habe ich in Übrigen nicht in der Zwischenzeit gemacht. Ne, könnte man machen, aber ich würde sagen, wir gehen erst mal schnell zum Dock. Falls ihr jetzt unterwegs... Ich bin noch mal überlegen. Je nachdem... Könnten wir natürlich versuchen, dann die Band immer hier dann klein zu kriegen. Wir müssen ja nun mal langsam an Geld kommen, also müssen wir entsprechend die Hauptstory weitergeben. Ja! Ah! Ja, Gammisan, danke nochmal für deine Hilfe letztens. Kein Problem, Moro, Roshi Sensei. Freut mich, dich zu sehen. Hallo. Du warst also mal Arzt in der medizinischen Fakultät, ja? Wie war das so? Ha, das ist alles lange her. Rückblickend frage ich mich, wieso ich mich in diesen ganzen Mist habe reinziehen lassen. Ich wollte unbedingt eine Professur und das ging zulasten der Menschen um mich herum. Ich konnte niemanden trauen. Nachdem ich das Krankenhaus verlassen hatte und auf der Straße geleitet war, gaben mir diese Leute wieder etwas Würde. Seitdem kümmern sie sich um mich. Wow. Hatte ja keine Ahnung. Oh, Roshi Sensei! Hilfe! Wir brauchen einen Arzt! Was ist los? Hamanaka-san. Es ist Kondo-san! Er hat einen Unfall! Was? Wir bringen ihn gerade her. Kannst du ihn dir mal anschauen? Natürlich! Sofort! Ah! Okay. Ich habe getan, was ich konnte. Aber wir haben nicht genug Blut für einen richtigen... Yagami-san. Hamanaka-san. Ich muss euch um diesen Gefallen bitten. Okay. Sicher doch. Was können wir tun, Roshi Sensei? Wir brauchen Leute mit Blut-Grupp-Null, die konzentrieren Blut spenden. Und zwar mehrere. Okay. Ich höre mich mal unter den Obdachlosungen. Yagami-san? Ja? Ich frage die Leute im Champion District. Könntest du den Public-Pike-3 übernehmen? Public-Pike-3. Alles klar. Sehr gut. Ich zähle auf dich. Danke, Roshi Sensei. Brauchst du irgendwas, Yagami-san? Jaaaa. Ich brauche einen Verwandskasten. Kannst du mich mal kurz untersuchen? Zwanzigtausend, ihr habt doch wohl einen Schuss nicht gehört. Ja, ich habe. 40.000! Da gehe ich lieber essen. Ich habe ja... Da gehe ich doch lieber ein bisschen was pressen. Hopp, 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 hopp. Oh, ich mache die hier. So, der District 3. Gucken wir mal, wir müssten in District 3 Park, wo war der denn, der war doch hier unten, genau, Public Park 3 Down, da müssen wir, gucken wir mal, wo kann ich hier, da hin bitte, danke, wo bei dir gehen wir hier nochmal schnell was mampfen, ja, die hatte ich schon, hier kommen wir einfach mal ein, was, außer das ganz Teure, ja, der ist auf jeden Fall jetzt gut gefüllt, danke, das Essen war voll zu gut, freut mich, dass es Ihnen geschmeckt hat, mein Herr, vielen Dank, dass Sie uns wieder beehrt haben, wussten Sie übrigens, dass wir ein neues Gericht haben, oh, wirklich, das muss ich unbedingt probieren, aber gerne, das Rezept stammt von mir und ich muss sagen, es ist eine meiner besten Schmerz hier, oh, kommt, hört auf, hier irgendeinen Scheiß immer zu aktivisieren, interessant, sind Sie zufällig der Manager, ja, richtig, ich heiße Nasugawa, wahrscheinlich mussten wir nur oft genug hier essen, ich bin Yagami, freut mich, sich hier zu nennen, mich ebenso, Yagami-san, bitte kommen Sie bald wieder und probieren Sie unser neues Gericht, es wird Ihnen schmecken, nur 50 hat das gebracht, das werde ich, bis zum nächsten Mal dann, was hat er denn für neues Gericht, ich sehe jetzt gerade kein neues Gericht, hab ich Sie schon erwähnt gar ein Irreus und ja .... und bis zu das liegt man beim automaten billiges plastik kann ich immer gebrauchen aber der betrunken level hier links gefällt mir gar nicht gibt es hier kein fahrrad das ich nutzen kann mensch so freunde hier kommt helft ihm entschuldigung hatte jemand zufällig blutgruppe 0 was ist das für eine frage ein mann namens kondosan wurde in einen unfall verwickelt und braucht dringend eine bluttransfusion wie war das kondosan ist verletzt ist das dein ernst ja also bitte hat irgendjemand blutgruppe 0 ich hab null wunderbar würdest du bitte sofort mitkommen sicher wir konnten schon doch gerne dann los ok das sollte reichen das war echt knapp vielen vielen danken robertschi ich fühle mich jetzt richtig gut danke noch mal hergemussern tut mir leid dass ich dich so in englisch ach das ist doch kein problem naja irgendwie muss ich mich doch mit ihr erkenntnis zeigen als du mal verletzt bist dann richtig gerne einfach vorbei falls medikamente allein nicht helfen müsst ihr jederzeit bekommen ich kann ich allerdings leider nicht kostenlos klingt genau nach dem was der arzt empfohlen hat oh ja also dann wir sehen uns sehr schön was die heißesten plätze der schatten scheiß ich war nicht schön so dann speichern wir einmal weil wir das jetzt geschafft haben und dann geht es weiter mit der karte empfohlen Eine gedehnte Spule und 6000 Yen. Nehme ich doch alles gerne mit. Stimmt, trifft Kaito an Koi Bridge. Äh, Koi Bright. Warum sag ich, will ich immer Bridge sagen? Was ist denn hier rum? Ah, aber jetzt durch die Drohnenrennen kriege ich vermehrt Teile überall. Ah, ok, ok. Wo gehört mir das doch? Halt, 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 halt. Koi Bright. Das muss der Laden sein. Danke, ich nehme erstmal den Regenbrat. Und eine Schraube. Uh, Mathe ist Aluminium. Hey, Kaito. Hey. So, ja, mit dir quatsch ich gleich. Noch ein Teil, Qualitätsdraht sogar. Hey, Freundchen, komm, red mit mir. Ich darf da auch nicht. Kann ich mich mit zu dir hinsetzen? Hm, schwierig so eine Sache, ne? Ach, mach, mach. Ach, mach. Okay. Ich weiß nicht, ob er ein Freund von Ayabe ist. Ja, aber... Ayabe ist ein Freund, also. Ich liebe ihn nicht mehr. Aber wenn ich so, dann kann ich nicht mehr informieren. Entschuldigung? Ja. Hey, wer ist gekommen? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Hey, hast du dich? Ich bin einfach nur ein solches. Ich bin bereit. 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 Wer ist das? Ich bin bereit. Oh, Kaido. Was? Schlaßenschläger, na super. Jetzt darfst du mal den mit dem Messer einschalten, bevor der noch nicht um den Sack geht. Jetzt muss er wieder rum. Hey, Freunde. Kommt mal nicht gleich noch. Nein, nein, nein. Helle, balle. Vicky kommen wir aber aus dem ganzen Räger nicht raus, oder? Was ist das? Ich kann mich nicht mehr hören. Ich kann mich nicht mehr hören. Ich kann mich nicht mehr hören. Ja, jetzt geht's. Wir sind beide zusammen. Zusammen? Ayabe ist der erste Behandlung. Sie müssen die Daten von Ayabe kaufen. Sie müssen die Leute nicht immer wieder testen. Dann sind sie? Alle sind Ayabe. Ich bin nicht mit Ayabe. Das ist nicht das erste Mal. Du bist Kaito, oder? Ich habe dich von Ayabe gehört. Aber... Ich habe dich von mir gehört. Ich habe dich von mir gehört. Ja, ja, ja. Und wo ist Ayabe? Auf der Unterkaufschaunter. Ihr seht gut. Ja, da ist wieder was in der Ecke. Okay, wir kommen ja nicht noch vorbei. Oh, schön. Ich bin eigentlich ins Wasserlaufen. Kein Fisch, weiß nicht. Na dann, ich komme mal hinter den Tresen. Ich habe 300 Casino Chips und den Schlüssel zum Lama erhalten. Lama. Sind sie jetzt hier weg? Ach, ihr macht ja immer noch hier... Mann. Wir gucken hier dämlich rum, die Idioten. Zack, dann gehen wir mal Casino spielen, wa? Guten Tag. Hm. Der sieht neu aus. Oh, das ist es. Und das ist, wenn man hier in der Tresen steht, wenn man hier in der Tresen steht, wenn man hier in der Tresen steht, dann gehen wir mal in den Tresen. Oh ja, kostenlose Chips spielen. Zocken. Das sieht aus wie Blackjack. Oh, 21. Ja, gut. Ich kann ja mal versuchen. Ich krieg das wahrscheinlich eh nicht vernünftig hin. Das ist der Blackjack-Tisch. Werden Sie uns heute die Ehre geben? Ja gut, wir spielen mal mit niedrigem Einsatz. Ich habe, wenn noch Platz ist. Sehr schön, Sir. Spiele mit niedrigem Einsatz starten bis bei 10 Chips pro Spiel. Städigen Gegenstand verwenden? Einsatz können wir ändern. Okay. Willkommen am Blackjack-Tisch, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Setzen. Dann, starten wir. Oh Gott, wir haben eine 10. Auch der hat eine 10. Wir müssen auf jeden Fall einmal nehmen. Karten behalten und spielen. Doppeln Sie Ihren Einsatz und ziehen Sie eine weitere Karte. Danach können Sie nicht erneut ziehen. Hit. Oh Gott, jetzt sind wir bei 13. 21, yes. Der Geber ist dran. Yes, wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. War eine. Gut, ich habe auch nur so viel gekriegt, wie ich gesetzt habe. 14. Oh Gott. Eigentlich zu wenig. Die brauchen auf jeden Fall noch mal alles. Okay, Butler. Wollt ihr? Nö, nochmal will ich nicht. Weil Blackjack ist immer so ein Scheiß-Spiel, sage ich jetzt mal. Hey, Tag. Glückwunsch, wir kommen. Aja, wir wartet schon. Wo denn? Nee, ey, ich will doch weiterspielen. Ach, ihr seid doch blöder. Ermittler der Tokiota-Polizeiabteilung für organisierte Kriminalität, Kazuka Ayabe. Bitte. Was ist das? Was ist das? Was haben wir hier? Eigentlich passt. Was ist das? Das war das, was du? Ich wollte es nicht mehr, was ich mit dir an. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe immer gerne gemacht, was ich mit mir an. Ihr solltet ihr keine Ahnung. Das war's für heute. Ich habe es gut, dass ich mich für dich als Fan bin. Ich habe es ein sehr guter Service. Ich muss es sagen, dass ich es nicht so sagen muss. Ich habe es mit dem Schraub-Grois-Grois-Grois-Grois-Grois-Grois-Grois-Grois-Grois-Grois-Grois. Ich habe es nur drei Punkte gemacht. So läuft das in Kamurocho, alles ziemlich zwielichtig, aber man kann alles kriegen, was man will. Kurohiyo ist ein Helo des Kamurocho. Ansonsten hat sich die Anzahl der Körböse und die Körböse, die Anlage der Körböse ist gut. Die Körböse sind alle von den Körböse, die die Körböse ist nicht zuletzt. Was hast du denn? Er ist für die Verküren. Wenn du, wenn du so einen Mann im Spiel wie ein Mann im Rettungsstum für dich, dann ist er es nicht so gut. Wollt ihr wirklich ein Mann? Das war's für heute. Das stimmt. Ich bin der Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, es ist gut.